In diesem Kurs haben Sie jetzt einiges gesehen, welche Bereiche von digitalen Technologien betroffen sind, wo Sie unterstützen können, aber auch wo Sie vielleicht Schaden anrichten können. Sie haben etwas darüber gelernt, dass digitaler Fortschritt und Innovation Bereiche sind, an denen wir teilnehmen können und an denen wir Teilhabe erreichen können. Welche Technologien in der Zukunft auf uns warten, ist dabei noch ungewiss. Spannend wird es zum Beispiel sein, welchen Einfluss unser Bewusstsein über Social Media auf die Entwicklung eines Metaverse oder den vollautomatisierten Verkehr haben kann. Wer darf in Zukunft in welchem Maß an Technologie teilhaben und wer nicht? Wie inklusiv oder exklusiv werden digitale Räume sein? Die Antwort auf diese Fragen liegt auch bei uns und bei unserer Bereitschaft für unsere Werte und Bedürfnisse einzustehen. Wenn Ihnen dieser Kurs gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie sich auch die Kurse Digitales Leben 1 und 2 ansehen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich noch bei allen Menschen bedanken, die diesen MOOC mitgestaltet haben und überhaupt erst möglich gemacht haben. Vielen Dank und vielen Dank auch an Sie fürs Mitmachen und vielleicht auch schon fürs Mitgestalten.